willkommen zurück zu minecraft beziehungsweise ich stelle fest dass mein mikrofon total schrecklich platziert ist zu einem netz test was passiert wenn wir unseren punkt einbauen perfekt wir spawnen genau da wo ich wollte dass wir spawnen das ist schon mal wo steht unser da oben es ist schon ein stück weit beeindruckend wie das jetzt aussieht mit dem neuen berg und dem neuen teil und hier liegt zu viel essen ja der würfel sieht ja kubistisch aus er würde man ja ich hatte mich noch daran erinnert dass wir das letzte mal suizid begangen haben aber das ist eine so schöne landschaft dass ich ja keine also nicht ach gotter je danke deswegen dann wieder auf irgendwo hin dass ich in kein teams bin ich hätte ich jetzt mein mikrofon gemutet das stimmt noch was wollte ich sonst nach gut die musik haben sie auf ausgelassen ach so dass da war ja was wir hatten ja keine werkzeuge meiner ach du gute güte also als erstes würde ich fast vorschlagen nicht mal mehr erde haben wir die alle hochgebracht das weiß ich gerade gar nicht mehr so erst mal sechs schaufeln und danach zwölf spitzhacken beziehungsweise so viele spitzhacken wie wir halt machen können super einfach mal mit und dann können wir uns da vorne dann gleich ich weiß dass hier unten eine höhle ist die wir auch schon ausgeleuchtet haben und erforscht haben aber jedes mal wenn ich hier kommt dieses dämliche geräusch ich möchte ich in der ersten folge als den ton hatten so immens darüber gefreut dass wir ton hatten und jetzt habe ich mich schon drüber ab dass jedes mal diese geräusche kommen so schnell kann das gehen und mir fällt gerade auf dass wenn ich jetzt hier dann mal den werk hier fertig habe ob ich dann hier weiter mache mit dem tal oder ob ich dann sage ich komme jetzt in meine burg ein und dass hier den durchbruch der zweifelsfrei logisch folgen muss das sind schafe damit das teil hier einigermaßen kompetiert wird also eins muss ich sagen irgendwie sehe ich habe ich so das gefühl die modellierboxen von den schafen in einem sehr sehr hellen weiß so die hitboxen sind ja nicht die sehen ja anders aus sehen wir auch wenn ihr zum beispiel hier auch warte nachher ich habe auf den kopf schlagen müssen um zu demonstrieren dass das nicht die hitbox ist was man sieht ähm oder vielleicht ist es auch noch die hitbox das weiß ich nicht gut auf jeden Fall tue ich mir einmal die spitzhacken jetzt runter und werfe sie dabei gleich auch mal weg und dann arbeiten wir hier mal weiter dann schauen wir mal was ich da unten als erstes auf diese ebene klatsche also ich könnte theoretisch schon mit einem bauwerk anfangen das später zur grundlegenden sicherung meine ernährung führen wird hier klammern fällt großes fällt ähm aber mal schauen wann ich das dann in angriff nehme endgültig ähm weil so ein großes feld ist zwar eine ziemlich coole sache aber äh noch noch schlimmer als es das cool ist zum aufbauen die technisierung ist das einfachste aber das ganze ähm ähm umbauen von einem gedönse ist einfach so höhöhöhöhö oh nein vor allem ein und darauf hat man einfach keine lust vor allem dann dass du noch mit einem unterbau einem soliden machen will durch das man erstens die bewässerung nicht sieht weil ich werde definitiv das feld nach meiner bauart bauen das ist äh zwar etwas deutlich steiler als das normalerweise gemacht wird aber das hat dafür auch einen richtig coolen vorteil späte dann im aussehen und in der funktionalität tatsächlich wo man dann das ganze so bauen kann dass tatsächlich kein loot mehr liegen bleibt und das ist halt auch den vorteil hat dass die bewässerungs kanäle versteckt sind und versteckte verwässerung genau versteckte bewässerungs kanäle sind vor allem meines erachtens nach einfach viel schöner als diese kanäle die man dann durch die nun na das bauen wir aber zu das generiert nur wieder unnötig höhen geräusche das kennen wir doch und wir stellen tatsächlich fest dass das ja dann schon die letzte etage sein wird die wir tiefer gehen die wir tiefer gehen wow faszinierend das ist eigentlich können wir hier unten auch mal ein bisschen ähm verschwenderischer mit unserem platz umgehen weil wir haben ja schon einen durchgang und er ist nicht mal so schmal wie man es sich denkt ok doch er ist schon relativ schmal also wenn er doch um fünf blocker höher liegen würde könnte man auch häuser reinbauen ja jetzt ist halt nur eine straße und vielleicht einen bach oder sowas wenn er sich da glaube ich auch wirklich nur eine straße schön anbieten weil einfach so eine straße jetzt nicht straß ist falsch so ein weg halt der weg halt hoch zur burg das würde sich dadurch anbieten und ich denke auch dass ich das so machen werde hier so darf man mal abgesehen ähm müssten man hier noch das machen wir doch so ist doch cooler und schöner ist ja direkt gemacht so so es wundert sich vielleicht der ein oder andere warum ich das jetzt so mache hat aber im hintergrund wenn ich bedenke dass das ja sowieso schon die unterste Ebene sein wird dann ist es für mich da sind neue schafe jetzt mit dem texturen renderer ist creepy das ist ja furchtbar scharf ich komme da bin ich darauf kann sie sicher sein das das war was du du das wäre dann kann man mich hier für schöner das zu machen und ich weiß nicht ob ich den weg eine ebene also auf halber höhe lasse und dafür dann so eine art bordstein ich glaube so will ich das dann gar nicht ja doch so ist es besser es wird schon wieder dunkel super da wird es auch schon wieder dunkel die dunkelheit siegt auf unserer kleinen welt gespückt mit lebemesen und irgendwann auch wieder monstern keine sorge die kommen wieder dass ich die monster wieder anschalte ist klar nur irgendwie im moment ist mir absolut nicht nach nicht mal ehrlich bin weil ich kann es eigentlich gar nicht wirklich sagen warum das ist schade aber es liegt halt einfach an diesem kampfverhalten glaube ich fast das momentan einfach meines erachtens nach total auf rein das funktioniert noch dazu das rüstungssystem überhaupt nichts bringt also wirklich überhaupt nicht jetzt ich deswegen warte bis ich zumindest im ansatz eine chance habe gegen monster zu überleben ach so man sieht nicht viel gerade ich entschuldige mich dafür mal wieder so oh wow jetzt sieht man noch weniger nachdem mir jetzt die fackel auch noch fehlen so 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 dann wollen wir mal immer mal wieder weg mit dem stein immer mal wieder weg mit dem stein